Okay, jetzt wird's knifflig. Hier geht es nicht darum, den Feind auszulöschen, sondern um die Sicherung von Informationen, und zwar in Form von Datenlaufwerken. Datenlaufwerke findet ihr in Satellitenkapseln. Euer Trupp muss möglichst viele Laufwerke zu einem Extraktionspunkt bringen und dann schleunigst Land gewinnen. Die Laufwerke können überall sein. Auf freiem Feld, in einem Gebäude oder schon im Rucksack eines Gegners. Die könnt ihr euch auch holen. Aber verliert nicht die Besatzungstruppen aus den Augen. Sie haben sich eingegraben und feuern auf alle No-Pads, die sie sehen. Je mehr Laufwerke ihr bergt, desto besser die Belohnung. Und je besser die Belohnung, desto besser ist eure Ausrüstung beim nächsten Mal. Sprecht euch im Trupp ab. Welche Ausrüstung nehmt ihr mit? Geht ihr unauffällig vor oder mit offenem Visier? Ein Trupp teilt sich der extrahierten Laufwerke. Auch wenn nur einer von euch lebend rauskommt und der Rest im Einsatz fällt. Behaltet die verbleibende Zeit eures Extraktionsfensters im Auge. Und gebt verdammt nochmal Gas, wenn ihr den Aufruf zur letzten Extraktion bekommt. Extraktion heißt Sieg, Leute. Holt ihn euch!